Herzlichen Dank an alle Aussteller, Medienpartner und Fachbesucher für eine erfolgreiche Control 2024. Auf der Control 2024 wurden in vier Tagen vielseitige, innovative Messtechnologien präsentiert und evaluiert. Die Fachbesucher erfahren auf der Weltleitmesse jedes Jahr technische Innovationen und digitale QS-Trends live mit allen Sinnen. Die Stärke der Weltleitmesse Control ist die branchenübergreifende Abbildung von Lösungen, das fachlich hohe Niveau, eine hohe Internationalität und eine angenehme praxisorientierte Arbeitsatmosphäre. Wir freuen uns bereits heute auf die Control 2025 mit Ihnen, wie immer in Stuttgart, mitten im Herzen einer der europäisch führenden Technologieregionen. Die 37. Control, internationale Fachmesse für Qualitätssicherung, findet vom 6. bis 9. Mai 2025 statt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017